Crossover Classic ist das Thema im Crossover Classic Workshop des Acoustic Player 4, 2016. Danke Peter Finger für den Hinweis. Und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen und ein choralartiges Stück von mir zusammen erarbeiten, bei dem es darum geht, die Oberstimme als Melodie deutlich rauszuarbeiten. Bis dann, sagt Peter Autschbach.